Äh, was? Ich muss den Alarm ausstellen. Okay, lass mich nur meine Pantoffeln anziehen und ins Badezimmer gehen. Warte. Was? Meine Pantoffeln sind weg. Ich muss jemanden anrufen, der mir helfen kann. Mr. Beats, das Palaste hier. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Ähm, ja. Eine große Peperoni-Pizza bitte zu der CatSuite 53. Wollen Sie irgendeine Soße darauf? Ähm, ja. Knoblauchsoße wäre super. Easy das Alice. Ja, danke schön. Das hat mich im geringsten geholfen. Mama, irgendjemand hat meine Pantoffeln gestohlen. Hast du etwa wieder was zu dir genommen, Sohn? Nein, Mama. Ich meine das Vollernte. Ähm, vielleicht solltest du jemanden deiner Freunde anrufen, okay? Die Person, die sie versucht haben anzurufen, Matheus der Seehund, ist zur Zeit nicht verfügbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich wette, sein Telefon ist wieder auf stumm geschaltet. Wie immer. Was geht? Akadius, du wirst mir nicht glauben, was passiert ist. Was? Was ist passiert? Ich wachte auf und wollte ins Badezimmer gehen. Ja, und? Und als ich versuchte, meine Pantoffeln anzuziehen, waren sie weg! Oh Gott, sag mir nicht das! Ja, sie müssen gestohlen worden sein! Bin in einer Minute da! Akadius sollte jeden Moment hier sein. Ich sollte die Tür öffnen, damit er reinkommen kann. Außerdem brauche ich einen neuen Wecker. Der alte wurde zerstört. Oh, er ist schon da! Das sind Akadius' Lieblingskekse. Am besten, ich lasse ihn nicht daran. Diese Blumen sollte ich auch mal wieder gießen. Hi, Akadius! Akadius? Hi! War das... Na, du weißt schon. Wirklich nötig? Nicht wirklich. Wie auch immer, ich hab hier neue Pantoffeln für dich. Schildkröte, du verstehst nicht. Sie waren etwas Besonderes! Oh. Aber ich glaube, ich weiß, wo sie sein könnten. Was? Wo? Denk mal drüber nach. Wo gehen Leute hin, wenn sie ihre Sachen verloren haben? Ähm, zum Fundbüro? Ganz genau. Also, lass uns gehen! Ein paar Minuten, Schmitte! Hier sind wir beim Fundbüro. Lass uns reingehen und nachgucken, ob deine Pantoffeln da sind. Hallo, Sir. Ich wollte nur nachfragen, ob irgendjemand meine Pantoffeln gefunden hat. Sie waren rot und fluffig. Was? Nein, ich hab hier keine Pantoffeln. Auf keinen Fall. Jetzt geh raus. Ich muss hier arbeiten. Ich hab das Gefühl, dass er vielleicht lügt. Wir sollten hinter diese Tür gehen und nachgucken, ob deine Pantoffeln da sind. Die Tür ist verschlossen. Na, zum Glück habe ich eine Episode in der Serie Komm ins Haus geguckt. Ja, ich weiß nicht, ob man eine Tür öffnet mit einem Buttermesser. Aber ich habe hier keins. Guck mal nach, ob du irgendwas findest. Das könnte nützlich sein. Und das könnte auch nützlich sein. Oh, mit dem Zeug kann ich die Tür öffnen. Voila. Hier kommen wir. Oh, guck mal. Deine Pantoffeln sind hier. Was macht ihr hier, Kinder? Das ist ein abgesperrter Bereich. Sag mir lieber, was meine Pantoffeln hier machen. Du meintest, du hast meine Pantoffeln nicht. Ich habe sie genommen, weil sie fluffig und cool waren. Und ich wäre damit auch durchgekommen. Hätte sich eine Katze und eine Schildkröte nicht eingemischt. Gute Arbeit, Katze. Gute Arbeit, Schildkröte. Gratulation, du hast gewonnen. Camille, die Katze, hat ihre Pantoffeln dank dir wieder und sie lebten zusammen bis ans Ende ihrer Tage. j Joint Ipsomen 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 Ipsomen